Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Skoda. Meine Damen und Herren, kein anderes Auto zeigt besser, für was Skoda steht, als der Skoda Octavia. Wir sagen, er ist das Herz unserer Marke. Meine Damen und Herren, der neue Skoda Octavia. Meine Damen und Herren, der Vorstandsvorsitzende von Skoda, Prof. Winfried Fahland. Prof. Fahland, Sie haben die Bühne. Schönen Dank. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sagen bei Skoda, der Octavia ist eine Klasse für sich. Mit seinem guten Skoda-Gen, viel Platz, Qualität und hoher Funktionalität bietet er immer ein bisschen mehr Auto. Mit dem Kombi setzen wir aber noch einen drauf. Noch mehr Auto, noch mehr Platz und noch mehr Simply Clever-Lösungen. Bühne frei für ein Automobil, das Raum in seiner schönsten Form bietet. Bühne frei für den neuen Skoda Octavia Kombi. Schönen Dank. Bühne frei für den neuen Skoda перемeckt. Und die neue Skoda wie Schönen Dank. Und die neue Skoda-Näste groß ist. Bühne frei für den neuen Skoda Maple. Und die neue Skoda-Näste groß ist. Bühne frei für die neue Skoda-Näste. Bühne frei für die neue Skoda-Näste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Octavia Kombi, das ist, wie wir sagen, Raum in seiner schönsten Form. Sie sehen hier den bisher größten und auch praktischsten Octavia. Aber trotzdem sind Sie mit dem Auto eigentlich sparsam wie nie zuvor unterwegs. Wir haben dem Octavia alles mitgegeben, damit er seinen Erfolg auch noch weiter ausbauen kann. Und wir sagen es ganz klar, unser nächstes Ziel sind 500.000 Octavias pro Jahr. Vielen Dank.